So, jetzt sind wir wieder da. Wir sind gerade eine Röhre hinuntergeklettert. Und die Schuhe werden immer brauner irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, was das ist. Nein. Ich glaube, dazu besteht kein Bedarf. Ich glaube, dass ich jetzt hier wieder sinnlose Spielzeit verplempert habe. Ja, glaube ich auch. Du kommst sowieso nicht weiter. Scheiß! Ich habe einen Back gefunden. Kackbohns. Ja, was? Eigentlich müsste dieser... Was sind das für die Schildkröten? Ja. Die sind ja alle gleich im Takt. Und da war eine nicht so. Also, so in der Reihe. Ja. Ich hätte es ja darüber rennen können. Und eine war ganz oben und der Rest... Boah. Der hat gesagt, dö, 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 dö. Ich könnte die Spielemacher erschlagen, ey. Wer das erfunden hat, der wird kein schönes Leben mehr haben. Aber spielst du es dann? Zack. Dankeschön. Genau wegen sowas. Oh mein Gott. Das war geil. Das war allerdings geil. Und das war... Nicht geil. Jawohl. Und das war Lack. Das war noch mehr Lack. Und das war am Arsch. Und Lack. Ja. Ja. Und das war... Das war Pwned. Ach gut, mit Chips essen. Du und deine Chips, ey. Das ist ja schlimm. Das ist ja noch. Elvin und die Chipmunks. Der Film ist witzig. Und du bist Elvin. Ne, du bist die Chipmunks. Ey, ich kann den rumkicken. Ich will aufsteigen. Hallöchen, Yoshi. Jetzt kannst du immer die Öpfel da von den Bäumen fressen. Genau. Und ich kann die Dinger puffen. Was ist denn das? Was ist das? Sieht schlimm aus. What the fuck? What the fucking hell? Eine Fe... Ach du Scheiße. Es waren verschiedene Items. Toll. Noch so ein Minigegner. Na, super. Nein. Hey, hier kommt ein Pilz. Ein Pilz. Und... Nein. Ich hab mir schon wieder verbaut. Oh oh. Ja, aber gut. Wo waren wir hier? Okay, wir laden jetzt halt von State 0. Das ist zwar bedauerlich, aber scheiß drauf. Also ich würd sagen, wir nehmen wieder die Röhre, hm? Jo. Aber diesmal mit Spielstand 0. Auf, komm schon. Danke sehr. Die Kunst hier drin ist, dafür zu sorgen, dass man den ersten Koopa vernichtet, dann die anderen in Ruhe lässt und dann ganz gekonnt springt. Ungefähr so. Naja gut, kann sein, dass ich es jetzt dann gleich wieder versämmelt. Und zwar nehme ich jetzt hier meinen tollen... Tollen Weg. Tollen Weg. Das war falsch. Ich hätte nicht den Swordsprung nehmen sollen. Sprung. Ich wäre jetzt schon babyhaft durch dieses Game. Nein, es ist nur zu spät für dich. So, nein. Das ist allerdings schon wieder geil. Leute, wundert euch nicht, wenn ihr manchmal so komisch spricht, so wie Sprung oder so. Wir haben schon 23,56 und... Wer weiß, was da alles passieren kann. So, ich puff dich jetzt. Bam. Heißt du nicht... Der heißt doch die Yoshi oder so, oder? Ja. Das ist ein Yoshi. Guck mal, es ist eine Itembox. Pilz brauche ich... Scheiße. Jetzt habe ich nur diese Drecksblume da. Ey, das ist geil. Oh. Tschüss. Dankeschön. Also mein Pilz ist verloren. Eindeutig. So, ich speichere jetzt und ich... Lass mich da im Tor fallen, ne? Ja. Moment. Ich muss da drauf kommen. Auf diese Flügel-Dingsis. Jetzt. Die sind zu hoch. Jetzt. Wo sind die? Wow. Das war ganz knapp. Fuck. Scheiße. Weil das immer so nach... Hä? Ich weiß, warum du gestorben bist. Wieso? Weil das Teil dich weggekickt hat. Welches Teil? Ach so. Das Drecksding... Drecksding, ey. Der endlose Versuch, auf das Scheißdings zu kommen, ja. Weil das immer so scheiße schwingend. Oh mein Gott, Safe State. Safe State, eindeutig. Das war ein guter Kombo. Und das war... Epic Fail. Allerdings. Wir haben gleich 24 Uhr. Null und Null. Das war schon wieder Epic Fail. Wenn ich das jetzt hier noch einmal hinkriegen würde, vor euren Augen, dann könnte ich beweisen, dass ich laufen kann. Okay. Das war nur einmal die Leistung von dem Ganzen, aber... Hä? Hä? Hast du es gerade gesehen? Ja, du bist einfach gestorben. Unlogisch. Halt... Nee, warte, was ist mit dem Untergrund? Der Untergrund ist normal. Ich weiß, glaube ich, warum. Wieso? Du darfst da nicht hin. Da ist ein Bar. Okay. Was ist denn das? Spring einfach rüber. Ja, wenn das so einfach wäre. Warte einfach, bis das Monster da wieder hingeht. Also zurück und dann... Stimmt, dann auf das Monster und dann weg. Ja, dann springst du doch eigentlich immer so, ja, besonders hoch. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Level macht mir Angst. Es tötet einen. Time! Kein Wunder. Time? Ja. Das sagt mir was. Oh. Noch mal alles neu, oder was? Nein. Soll ich schon sagen. Sie sehen ja, weil wir den Fisch dich anfressen. Aber dieses Dreckslevel muss ich hier nochmal machen. Aber das ist egal, glaube ich. Ach, nö. Also, ich tue euch das nicht an. Wenn wir wieder bei dem Level sind, dann... Mach einfach Pause und dann... Mach ich Fraps wieder an. So, jetzt schon wieder. Also, wie gesagt... Also, ähm... Ich spiele jetzt hier das Level. Ich habe gecheatet, dass mir hier die Zeit nicht abläuft. Weil, ähm... Wie ihr seht, ich hätte nur noch drei Sekunden übrig. Und wenn ich das hier jetzt so laufen hätte lassen, wäre es wirklich sehr scheiße gewesen. Ich versuche hier die ganze Zeit, diese Viecher zu besiegen. Aber das ist gar nicht so einfach, wie man denn glauben mag. Also, erst mal den hier und schädlich machen. Kawams. Ich bin einfach irgendwie zu doof, um das zu machen, ehrlich. Das Beste ist ja, dass man nicht mehr läuft. Also, das ist ja aber... Oh, okay. Oh, okay. Ähm. Das ist so sinnlos. Ich mache das gleiche, immer den gleichen Move. Verdammt. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ich muss die Viecher alle töten. Das war ein Schrott. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos. Und ich habe es geschafft. Cross clear. Ich danke euch jetzt mal wieder fürs Zuschauen. Das war es jetzt von diesem Level. Wir sehen uns in diesem Schloss wieder. Und ich mache den Cheat raus, damit ihr es alles seht. Perfekt. Bis später dann. Tschüss.